Hallo Spieler, kommt rüber, willkommen bei Onkel Zocker, wo ein alter Mann mit euch Sachen zerhaut und neue Sachen aufbaut. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn jetzt los, das ist doch nicht Fortnite, warum gucken wir in einem Video über Fortnite irgendwas an, was nicht Fortnite ist, dann habt ihr ganz recht, das ist nicht Fortnite, das ist Minecraft. Und der Grund, warum wir uns Minecraft angucken, ist wiederum ein historischer, beziehungsweise einer der Inspirationen. Da drüben läuft übrigens ein Tier, sehr merkbar durch die Gegend. Ich bin kompletter Minecraft-Laie, ich sag's direkt, ich werde euch auch nichts Interessantes über Minecraft erzählen können, außer ein bisschen was an der Oberfläche. Ich wollte es nur einmal kurz gezeigt haben, sowohl für die, die neu sind in der ganzen Gaming-Szene und einfach von Minecraft wahrscheinlich schon mal gehört haben, denn Minecraft ist ja, ich hab's bei Fortnite schon gesagt, Fortnite ist riesig, Minecraft ist riesiger. Ich weiß nicht, ob man riesig steigern kann in diesem Fall, aber Minecraft ist absolut irrsinnig groß. Das ist ein Spiel, das ursprünglich mal ein Entwickler geschrieben hat, muss man sich vergegenwärtigen. Ein Typ hat sich das ausgedacht und die veröffentlichten Zahlen sind 240 Millionen Verkäufe des Spiels, nachdem das dann fertig war und rauskam. Und Rekord, glaube ich, 120 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Zum Vergleich, Fortnite hat irgendwie was von 250 Millionen Accounts. Die sind nicht alle aktiv gleichzeitig. Das sind auch viele Multiple Accounts, wo einzelne Spieler irgendwie zehn verschiedene Accounts für zehn verschiedene Zwecke haben. Minecraft hat 120 Millionen Spieler im Monat. Das ist die Bevölkerung eines ziemlich großen Landes. Also, das ist irre. Der Grund, warum wir jetzt hier in Minecraft reingucken, obwohl es um Fortnite geht, ich mach's auch kurz, ist, Minecraft hat eine wichtige Mechanik und ich zeig das mal gerade hier. Ich wechsel mal auf meine Axt als Werkzeug. Hier haben wir einen Baum. Alles in Minecraft natürlich in diesen Blöcken, in diesen quadratischen, also in diesen Würfeln, quadratischen. Und ich kann jetzt mit meiner Axt hier die Stämme abbauen. Wenn ich das tue, taucht in meinem Inventar, das ist mein Inventar, Holz rauf. Ich kann das Holz dann in mein aktives Inventar verschieben. Dann kann ich das auswählen und jetzt kann ich hier aus Holz Sachen bauen. Das ist eins der Spielprinzipien von Minecraft. Man kann die Welt verändern. Das ist, da sag ich gleich in Fortnite auch noch was zu, das ist damals revolutionär gewesen. Damals ist, glaube ich, so 2006, 2007 wurde das ursprünglich entwickelt. Denn eine technische Limitierung von Computerspielen ist, dass die Welt selber aus ganz vielen Gründen nicht plastisch sein kann. Und Minecraft hat das völlig aufgebaut. Ich habe jetzt hier einen Moment, ich nehme mal die Schaufel. Und dann gehe ich mal hier, aber da komme ich nicht, ich komme mal meinem Zaun nicht vorbei. Dann gehe ich mal hier lang und nehme diese Schaufel und grabe einfach mal hier nicht nach unten. Jetzt bin ich schon am Stein angekommen. Dann kann ich auf die Spitzhacke wechseln und kann mich hier einfach immer weiter nach unten graben. Und das, also die Tatsache, dass ich an der beliebigen Stelle in dieser Welt einfach nach unten mich durchgraben kann und mich dann auch natürlich wieder nach oben, indem ich hier diese abgebauten Materialien platziere, kann ich dann auch wieder hier nach oben zurückkommen. Und das geht sehr weit nach unten. Ich habe jetzt aufgehört nach ungefähr zehn Schritten, aber ich kann da noch sehr viel weiter gehen. Und dann kommen irgendwann Höhlen und in diesen Höhlen sind wieder Materialien. Und das ist eine Komponente der Entdeckung, die da drin steckt. Und es ist vor allem diese Veränderbarkeit der Welt, die neu war. Wie gesagt, aus technischen Gründen, die meisten Game Engines kommen damit nicht klar. Wenn nicht klar ist, wo der Boden ist, dann hat man in Game Engines oft das Problem, dass ein Boden, der verschiebbar ist, also wo die Spiellogik der Computer, das Modell der Welt jederzeit überprüfen muss, steht meine Spielfigur noch auf einem festen Boden oder ist da jetzt ein Loch und der fällt. Das ist total gefährlich, wenn der Boden nicht definiert an einer bestimmten Stelle ist, wo man einfach sagen kann, alles was hier drunter ist, fällt, alles was drüber ist oder drunter darf eigentlich gar nichts sein. Das ist so der Standard von frühen Computerspielen. Es gibt ein Level, auf dem der Boden ist und drunter geht nichts. Sobald ich das rausnehme, habe ich das Problem, dass wenn ein kleiner Rechenfehler auftritt und meine Spielfigur einen winzigen Teil zu tief aus irgendeinem Grund berechnet wird. Wenn ich zum Beispiel hier eine Klippe runterfalle. Und ich werde dabei von einem Frame zum nächsten ein bisschen zu tief berechnet und ich bin dann kurz unter der Bodenebene, dann hält mich nichts mehr auf und dann falle ich einfach endlos in die Tiefe. Deswegen war das für frühe Computerspiele, wie gesagt unter anderem, es gibt auch noch andere Gründe, ein No-Go und dann hat Minecraft eben diese Welt geschaffen, in der man alles verändern kann, in der man alles wegmachen kann, in der man neue Dinge bauen kann. Revolutionär und damit soll es genug sein mit Minecraft. Wir gehen wieder zurück zu Fortnite, denn wenn wir uns diesen Baum hier anschauen, das ist zwar ganz niedlich, diese Blöcke, aber richtig schön ist das nicht. Richtig schön sind solche Bäume. Ja, das ist besser. So ein majestätischer, herrlicher, schöner Baum. Was machen wir mit einem schönen Baum? Wir hacken ihn um. Wir haben eine Hacke dabei. Der Baum hat eine Helfbar, wie wir sehen. Wenn ich mit der Hacke in diesen blauen Kreis schlage, mache ich ihn 100 von seiner Helfbar weg. Wenn die Helfbar abgebaut ist, ist der Baum weg. Warum mache ich das? Die erste allgemeine Verunsicherung kann uns das erklären. Und in Fortnite, bevor wir aufbauen können, damit es niedergehauen wird, müssen wir erstmal Ressourcen sammeln. Wenn wir hier nach rechts unten gucken, sehen wir, jedes Mal, wenn ich auf diesen Baum einhacke, geht meine Holzressourcen-Anzeige nach oben. Jetzt habe ich 230 Holz gesammelt. Ich esse mal noch ein paar Pilze. Warum brauche ich Ressourcen? Ressourcen brauche ich, um bauen zu können. Das ist wahrscheinlich die Funktionalität, die Fortnite zu dem Sensationserfolg gemacht hat, der es nun mal ist. Was meine ich mit bauen? Ich kann in den Baumodus wechseln. Und jetzt kann ich eine von vier grundsätzlichen Bauformen hier platzieren. Eine Bodenplatte. Eine vertikale Wand. Eine schräge wie hier. Vertikale Wand sieht so aus. Und ich kann natürlich die schräge dann hier auch in diese vertikale Wand für mehr Stabilität reinsetzen. Und dann kann ich noch diese Dachpyramiden bauen, die auch die Wände sicherer gegen Angriff machen. Denn, wenn ich diese Wände mir hier anschaut, ich hier hingebaut habe, und nochmal wichtig, vielleicht an der Stelle ganz explizit das zu sagen, in Spielen vor der Entwicklung dieser Mechanik war es immer so, wenn man was bauen konnte, dann war das eine geskriptete Sache. Das heißt, man musste irgendeine Vorbedingung erfüllen, Ressourcen sammeln, was auch immer das Spiel, der Plot erfordert. Und dann wurde was, was Spieldesigner vorher entwickelt hatten, einfach ins Leveln mit rein kopiert. Man hatte aber nicht die Auswahl, wohin damit oder wie genau sieht das aus. Hier habe ich diese vier Grundplattenformen, die übrigens, aber dazu kommen wir gleich, auch noch bearbeitbar sind. Und kann die hinsetzen, wo ich möchte. Ich kann hier auch nach oben bauen. Ich kann so weit nach oben bauen, dass wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich tot. Jetzt habe ich hier... Gut, das hat jetzt Ressourcen gekostet. Wir waren gerade bei 230 Holz, jetzt sind es nur noch 100. Eine Wand, die ich baue, kostet mich 10 Ressourcen. Und es gibt nicht nur Holz, das sieht man ja da links unten, rechts unten. Es gibt auch Stein und Metall. Was ist der Unterschied zwischen den drei Ressourcenformen? Das eine ist, wie leicht die zu kriegen sind. Holz, wenn ich an einen Baum zerhacke, wir sehen, ich bin schon wieder auf dem Weg nach 200. Das geht sehr schnell. Maximal kann ich 1000 von jeder Ressource halten. Das heißt, ich habe jetzt ein Viertel dessen, was überhaupt geht, habe ich mir mal schnell hier zusammen gesammelt, indem ich ein paar Bäume zerhackt habe. Das ist beim Stein deutlich mühsamer. Beim Metall, das sehen wir gleich. Hier gibt es kaum wieder Stein und Metall im Moment. Deswegen kann ich das nicht direkt demonstrieren, aber ich gehe mal hier rüber. Hier gibt es einen Stein. Also, hier vielleicht auch noch ein interessantes Detail. Man könnte jetzt denken, hier ist Stein, hier kann ich jetzt graben. Das geht aber nicht. Und das liegt an dem, was ich gerade bei Minecraft schon erwähnt habe. Der Boden ist tabu in Fortnite aus diesen technischen Gründen. In der ursprünglichen Version des Spiels war das tatsächlich vorgesehen, dass man auch graben kann. Aber man hat dann das Problem, dass man unter bestimmten Umständen durch die Map fahren kann. Und deswegen wurde das wieder aus dem Spiel genommen. Das heißt, der Boden ist nicht abbaubar, aber diese Steine, die rumliegen, sind es. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert als bei den Bäumen, aber ich bin jetzt auch bei 200. Und wir können dann hier noch rüber gehen, wo die Metallcontainer stehen und zum Vergleich mal Metall abbauen. Und wir werden dann feststellen, der Metall dauert das noch mal länger. Das fühlt sich jetzt sehr, sehr lang an. Jetzt habe ich diesen ganzen Container mühsam hier zerhackt. Und am Ende habe ich gerade mal genug Metall für vier Plattenwände, Dächer, was auch immer ich damit bauen will. Aber vier davon kann ich jetzt bauen. Alles, was ich zerhaue, gibt mir Ressourcen. Manche Dinge vergleichsweise wenig. Für Holz sind Bäume eindeutig die beste Quelle. Und dann gehen wir noch mal schnell die Möglichkeiten durch, die ich damit habe. Wie gesagt, ich kann diese Dachformen, außer das kann ich da natürlich nicht bauen über Wasser. Ich kann diese Dachformen bauen. Ich kann Bodenplatten bauen. Ich kann Wände bauen. Ich mache mal eine Schräge hier ins Wasser. Okay, jetzt machen wir das mal so. Mal hier vier Bodenplatten. Ich setze Wände da dran. Ich kann hier auch noch kleine Schräge bauen. Und dem ganzen Dach verpassen. Ich kann also komplette Häuser konstruieren und bauen. Jetzt kommt die Zone. Deswegen machen wir uns mal hier aus dem Staub. Was hat das für einen Nutzen? Das hat zwei ganz grundlegend wichtige Funktionen. Die eine ist, wenn ich nach oben auf diesen Stein möchte, kann ich mir einfach eine Schräge bauen und fertig. Und die andere ist, wenn ich beschossen werde, kann ich aus dem Stand mir einen Schutz bauen. In anderen Spielen kann ich nur das zum Schutz benutzen, was die Spielentwickler vorgesehen haben. Wenn da irgendwo eine Wand steht, kann ich mich dahinter verstecken. Wenn da ein Fenster ist, kann ich mich neben dem Fenster aufstellen und durch die Öffnung rausschießen oder rausgucken. Durch diese Baumechanik bin ich in Fortnite völlig frei. Ich kann überall jederzeit mir eine Schutzfunktion einstellen. Mir wurde jetzt gerade geschossen. Ich kann zum Beispiel mir auch eine Plattform bauen, von der aus ich erhöht bessere Sicht habe. Oder hier in diesem Fall, ich weiß, dahinter sind Gegner. Dann arbeite ich mich hier aufs Dach vor, habe dann eine sehr gute Sicht. Und da hinten sehen wir auch, die Gegner kämpfen hier auch sehr stark mit Baumechanismen. Das heißt, das sind wahrscheinlich zwei, mindestens ein normaler Spieler, weil Computer, also diese Botfiguren können diese Türmchen nicht bauen, die wir da gerade gebaut sehen. Die bauen auch mal eine einzelne Bodenplatte, aber so kompliziertes Zeug kriegen die nicht hin. Das heißt, da ist jetzt wahrscheinlich irgendwo ein Spieler drin, der auch einigermaßen gut ist. Und jetzt noch einer, der alles voll gebaut hat. Da sehen wir auch den taktischen Vor- und Nachteil. Man kann jederzeit, wenn man unter Beschuss kommt, sich hinter einer Mauer verstecken. Ich stelle hier auch schon mal auf Stein um, für den Fall, dass uns das gleich passiert. Denn wenn wir uns hier die Wände aus der Nähe ansehen, die Steinwände haben eine Health von 300, die Holzwände nur 150. Das heißt, hinter einer Steinwand sind wir doppelt so sicher wie hinter einer Holzwand. Und die Metallwand hat 500, da sind wir noch mal sicherer dahinter. Was ich jetzt nicht zeigen konnte, weil ich so schnell gestorben bin, wir starten aber noch mal eine neue Runde. Die Baumechanik ist so, dass wenn ich eine Wand hinstelle, die mit einer Grundhealth startet. Das sind 90, glaube ich, für Holz und Stein und 110 für Metall. Und dann baut sich das langsam auf, bis auf den Maximalwert. Also von 90 auf 150 für Holz, auf 300 für Stein, auf 500 für Metall. Und wenn die Wand beschossen wird, dann geht das von der Health ab, die sie in dem Moment hat. Also nicht von der Maximalhealth, wenn die noch nicht erreicht ist, sondern von der, die sie im Moment hat. Das heißt, wenn sie frisch gebaut ist, komme ich noch relativ leichter durch mit ein paar Treffern. Wenn die Metallwand fertig ist, muss ich 500 Health wegmachen. Das ist im Moment doppelt so viel wie ein einzelner Spieler hat. Das heißt, eine einzelne fertig gebaute Metallwand, hinter der ich mich verschanze, erhöht effektiv den Schaden, den der Gegner machen muss, aufs Dreifache. Er braucht 250 Schaden an mir, um mich aus dem Spiel zu nehmen. Aber er braucht vorher 500 Schaden an der Metallwand, um überhaupt auf mich schießen zu können. Das heißt, das verändert natürlich die Dynamik des Spiels ganz massiv. Dazu kommt, dass die Topografie, also wo in der Landschaft ich hin kann, welche Höhe ich kann, aus welcher Höhe ich den Gegner sehen kann, in gewisser Weise unter meiner Kontrolle ist. Ich kann natürlich nicht völlig frei beliebige Höhen erreichen, auch weil, das versuche ich gleich nochmal zu zeigen, anders als in Minecraft, wo wenn ich dem Baum, das hat man ja gesehen, ich habe dem Baum die unterste Ebene des Stammes abgehackt, dass der Rest des Baumes war davon unbehandelt, wenn es einfach stehen geblieben, das ist in Fortnite anders. Das demonstriere ich gleich mal, sobald wir gelandet sind. Ich fliege jetzt mal nicht so weit raus, ich hoffe, das geht gut. Das sind jetzt keine Bäume, das war nicht so schlau, aber wir können auch das Haus in Ressourcen verwandeln. Das ist noch nicht so effektiv wie Bäume, aber geht auch. Ja, man sieht schon hier, 23, 24, das ist natürlich viel weniger, als wenn ich einen Baum zeige. Man sieht hier auch eine andere Funktion dieser Mechanik, und das ist das alles, was die Spielentwickler hier in die Welt hineingebaut haben, potenziell verhandelbar ist. Und das ist alles nicht endgültig platziert, sondern ich kann alle Wände öffnen, ich kann Decken wegmachen. In diesem Fall habe ich hier gerade die Decke, den Boden des Dachbundes hier weggehackt, damit die Truhe, die da oben drüber ist, von alleine aufgeht und die Lut auf mich unterregnet. So, aber jetzt zur Demonstration dieses Abbaumechanismus, wenn wir hier ein bisschen den Steinspeicher voll, so, 43, okay, den noch, dann müsste das reichen. Wenn ich jetzt hier, also was ich da auch demonstrieren kann, ist, sobald, jetzt habe ich noch 20, jetzt habe ich noch 10, jetzt ist mein Holz verbraucht, dann stellt Fortnite automatisch, wenn ich jetzt noch eine baue, um auf Stein. Hier sehen wir jetzt, hat bei 110 angefangen, geht bis 280 Maximalwert für die Schräge. Die Schräge hier hat 140, eine senkrechte Wand, das hatten wir ja letztes Mal schon gesehen, hat ein bisschen mehr, 300, fängt auch bei 110 an. So, die Demo, die ich jetzt machen möchte, ist, das kann man alles natürlich auch relativ leicht zerhacken, da ist jetzt noch eins, das muss auch mal weg. Man kann es zerschießen. Und jetzt kommt die Abbaumechanik, die ich meinte, ich habe hier jetzt vier Schrägen übereinander gebaut, wenn ich die unterste davon zerschlage, werden die anderen von unten nach oben aufgelöst. Sobald die keine Unterstützung, keine Verbindung zum Boden mehr haben, und das kann auch seitlich sein, also wenn die jetzt, deswegen habe ich hier vorher den Verbinder weggemacht zu diesen Schrägen, die ich da hingebaut habe. Denn die haben hier eine Verbindung zum Boden, und dann hätte ich die unterste wegmachen können, und es wäre nichts passiert mit dem Rest. Aber sobald das völlig frei in der Luft hängt, löst es sich auf. Das ist taktisch extrem wichtig, denn wenn ein Spieler sich einen hohen Turm baut, oder eine hohe Schräge baut, um von da einen besseren Überblick zu haben, und ich kann aus großer Entfernung die unteren Ebenen dieser Schräge wegschießen, dann fällt der Spieler runter, und wenn er tief genug fällt, ist er tot. Das heißt, wir haben eine ganz neue strategische Möglichkeit des Kämpfens, die gar nichts mehr mit direktem Schaden zu tun hat, sondern wirklich über die Manipulation der Umwelt funktioniert. Jetzt, was nicht geht, ist Bodenzargen. Das kann ich hier mal demonstrieren. Auch dieser Stein hier, der ist Teil des Level-Designs. Der ist rausgenommen. Das hat diese technischen Gründe, die ich bei Minecraft vorhin erklärt habe. Wenn der Boden zerhackbar ist, bekomme ich diese technische Schwierigkeit, dass die sogenannte Collision Detection und die Frage, falle ich durch den Boden oder nicht, sehr, sehr schwierig wird. Und bei Fortnite hat man damit experimentiert, tatsächlich, als das Spiel in der Entwicklung war ursprünglich, und festgestellt, das kriegen wir nicht hin. Und das ist sehr, sehr frustrierend, wenn die Spieler dann durch den Boden fallen. Das war jetzt wahrscheinlich ein Bot. Ein Spieler hätte sich vermutlich eine Wand gebaut. Wir sind jetzt im Baumodus. Das heißt vor allem, da ist jetzt jemand mit einem Teleportations-Device in die Luft gesprungen. Ich wollte es sehen, aber nicht. Eine andere Möglichkeit übrigens, die Baufunktion zu nutzen, ist, wenn ich aus großer Höhe falle, kann ich im Fallen mir schnell eine Plattform bauen und dadurch den Fall aufhalten. Bis zu drei Stockwerke kann ich ja fallen, ohne tatsächlich Schaden zu nehmen. Das heißt, so kann ich auch aus größerer Höhe springen, vorausgesetzt, da ist eine Wand in der Nähe, die meine gebauten Flächen aufnehmen kann. Denn in die Luft bauen kann ich nicht. Das muss immer eine Unterstützung haben. Wie gesagt, alles, was in der Luft frei hängt, wird vom Spiel rausgenommen. Und frei in die Luft zu bauen, geht gar nicht erst. Wir sehen jetzt, ich habe jetzt relativ viele Ressourcen. Ich habe 300 Holz, 300 Steine und 137 Metall. Da ist schon wieder jemand gesprungen, sehe ich an. Ich möchte, dass man ihn nicht sieht, aber wird noch sein. Hier drüben wird noch geschossen. Ich glaube, das reicht eigentlich auch schon als Einblick. Wir können jetzt noch das zu Ende spielen, bis uns ein überlegener Spieler hier aus der Runde nimmt und dann vielleicht hoffentlich noch sehen, wie die richtigen Profis das Bauen nutzen. Denn eine Funktion zum Beispiel, die sehr beliebt ist, ist, was ich jetzt hier mal versuche zu simulieren. Ich kann das nicht richtig, deswegen wird das wahrscheinlich eher peinlich ausfallen. Aber man kann sich ja, das ist ja zum Beispiel jetzt schon schiefgegangen, man kann sich aus dem Stand ein Türmchen hier hinstellen. In dem man relativ geschützt ist, man kann sich hier zurückziehen, hinter die obere Zeile. Man hört jetzt um mich herum, wird das alles zu Ende gebaut. Wie gesagt, das ist alles eine Zeitverzögerung, aber jetzt gleich ist die letzte Stufe erreicht. Und von hier kann man natürlich dann... Und von hier kann man natürlich auch schon schiefgegangen, aber schon schiefgegangen, es ist alles zu Ende. Wo ist das eine Zeitverzögerung? Ja, das ist die Zeitverzögerung. No, das ist das. , was Sie? Ja. Ja. Da können wir uns vielleicht mal demonstrieren, wie das mit diesem Abbauen funktioniert, wenn ich jetzt nämlich die unterste Ebene hier wegmache. Dann löst sich der Rest des Gebäudes auf. Das bringt uns jetzt natürlich gar nichts, weil der schon längst woanders war. Ich wollte nur mal demonstrieren, wie das funktioniert. Taktisch war das jetzt vollkommen unsinnig. Aber der Vorteil ist, jetzt sind wir raus und können das in Ruhe zu Ende führen, um hier bei der Aktion zu schauen. Hier sehen wir zum Beispiel, der hat mich jetzt oben auf dem Turm erschossen. Die einfachste Methode für ihn, die Lut zu bekommen, ist die unterste Ebene rauszunehmen, damit der ganze Turm sich auflöst und die Lutnahme fällt. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier gleich einen Zweikampf erleben. Vielleicht aber auch nicht, der scheint sich Zeit zu lassen. Ich glaube, die grundlegende Mechanik hat man jetzt eh gesehen, wie das Ganze dann das Spiel verändert, was das für die Taktik bedeutet. Darüber gibt es nochmal eine eigene Folge, über die Meta, also wie Veränderungen in der Waffenlogik, in den Schaden, den die Waffen machen, im Schadensoutput, den die Waffen pro Sekunde haben, in all diesen kleinteiligen Parametern, an denen man drehen kann als Entwickler. Wie das das Spiel verändert, das machen wir in einer eigenen Folge. Aber man hat, glaube ich, schon gesehen, das Bauen ist ein Gamechanger für diese Spiellogik, weil ich damit nicht mehr Kontrolle darüber habe, wo verstecke ich mich und wie positioniere ich mich gegenüber dem Gegner innerhalb der Welt, die ich vorfinde, sondern kreative Kontrolle darüber, wie die Welt überhaupt aussieht. Und mir Positionen erschließen kann, die vom Entwickler gar nicht vorgesehen sind und damit auch völlig überraschende Dinge tun kann und tatsächlich die Fähigkeit. Fähigkeit, denn das ist ja das, was das Spiel an sich interessant macht, wenn der Ausgang von Zweikämpfen eben nicht wie bei vielen Spielen ein bisschen Glückssache ist und vielleicht dann noch, wie gut man zielen kann, aber wenig kognitive Fähigkeiten im Sinne von Strategie oder Taktik und gezielten Vorgehen enthält. Ja, jetzt endlich fängt es hier ein bisschen den Bauen an. Er wird jetzt sich eine Sprungplattform da oben hinbauen. Das hat er gerade aufgesammelt, unmittelbar nachdem er uns aus dem Spiel genommen hat. Dachte ich jedenfalls, dass er das macht. Ja, jetzt müsste er da eine Sprungplattform hinbauen und dann kann er sich nämlich in die Luft katapultieren und mit dem Fallschirm die große Entfernung bis zur Zone zurückziehen. Okay, das ist, es gibt immer noch weitere Details zu klären. Es gibt verschiedene Subformen von Bauen, was wir jetzt gar nicht gezeigt haben, ist, wie man das Gebaute bearbeiten und verändern kann. Es gibt nämlich nicht nur diese Schrägen und diese Wände, man kann Türen da reinmachen, man kann Fenster da reinmachen, man kann die Schrägen in Treppen verwandeln, man kann die öffnen, man kann die Wände öffnen, man kann die Dächer editieren, sodass sie nicht diese Pyramidenform haben, sondern eine andere. Aber das ist alles noch viel kreativer, als das jetzt schon wirkt. Aber ich glaube, man hat einen Eindruck bekommen, wie sehr das die Qualität dieses Spiels verändert. Das ist im Prinzip ein anderes Spiel, als das, was ich in den ersten beiden Folgen gezeigt habe. Da ging es nur um die Battle Royale und Shooter-Logik. Durch diese Baumechanik ist das eine eigene Sache geworden. Und wie gesagt, das ist, glaube ich, der Grund, warum Fortnite so erfolgreich ist. Nächstes Mal reden wir darüber, wie alle diese taktischen Details den Spielverlauf beeinflussen können, was das für Konsequenzen hat. Auch was das für zum Beispiel Kontrast zwischen verschiedenen Seasons bedeutet. Für heute war es das. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Onkelzocker. Tschüss.